Die ersten Tage in Saliris Bar lief nicht viel. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Saliris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Das wusste ich schon. Bist du Tommy? Los, sag was auf Lager. Zahlt sie ihn heim. Danke. Tag Leute und jeder weiß, wenn der Boss wartet, muss man sofort flitzen. So, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Mafia in der Definitive Super Special Edition. Und wir haben uns einen Namen gemacht. Wir sind jetzt Teil der Familie. Unser erster Auftrag haben wir bereits abgeschlossen. Wir haben von der gegnerischen Truppe ein paar Autos vermöbelt. Und jetzt kriegen wir neue Aufgaben. Denn wir haben uns einen Namen gemacht. Wir haben schon einen richtig coolen Hut auf. So, vor Ehrfurcht. Guckt euch das an. Unsere Kollegen sind schon ehrfürchtig vor uns. Nimm Platz. Jawohl. Aber wenn der Chef sagt Platz, dann mache ich Platz. Dach, Chef. Es ist Zahltag, Jungs. Tommy, du fährst. Pauli und Sam kümmern sich um den Rest. Alles Routine. Nur ein paar Stops heute. Das Motel hat letzten Monat zu wenig abgedrückt. Stellt sicher, dass sie ihre Zinsen zahlen. Ein Problem war's. Vergreift euch an niemandem, wenn es auch anders geht. Unsere Kunden müssen verstehen, dass unsere Dienste wertvoll sind. Sie müssen in euch, den heiligen Michael, sehen. Und glauben, dass ihr sie beschützt. Morello kann ruhig Beine brechen. Wir sind zu gut dafür. Aber die Rechnung muss trotzdem jeder zahlen. Wir kriegen das hin. Hol dir bei Ralph hier ein Auto. Okay, Boss. Alles klar. Also heißt es jetzt Schutzgeld eintreiben, oder wie? Wir machen das natürlich wie echte Gentlemen, denn wir verbreiten wirklich Sicherheit. Sicherheit vor, wissen wir nicht. Aber wenn sie nicht zahlen, brechen wir ihnen die Beine. Also Sicherheit vor uns selbst. Oder wie auch immer. Sprich mit Vincentia. Hey, Mann. Ich brauch dicke Wum. Dicke. Es ist keine dicke Wum. Na ja, gib mal her, das Ding. Schon mal geschossen? Auf dem Jahrmarkt am Schießstand. Verstehe. Das zählt nicht. Wie sieht ihr das Ziel da drüben an? Das da kriege ich hin. Die Frage ist wie. Zack. Zack, 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 zack. Okay. Okay, Trommel öffnen und los geht's. Okay, Trommel öffnen und los geht's. Versteck sie. Nee. Ich will schießen. Der hat die Kindersicherung reingemacht, das Schwein. Ich kann nicht schießen. Okay. Wenn die Schießerei los geht, geh in Deckung und scheiß dich nicht ein. Danke, Vincenzo. Weiß ich zu schätzen. Na, ein kleiner Schiss in die Hose darf ja wohl mal sein. Das sagt der, der hier sicher in der Base ist, ne? So, sprich mit Ralphie. So, Ralphie. Ich möchte eine richtig geile Karre jetzt haben, ne? Nicht wieder so eine Gurke wie beim letzten Mal. Ich möchte... Nee, will ich nicht. Ich will den da. Den da will ich. Ralphie. Alter, der glänzt aber auch. Meine Herren. Weißt du, wie du in so einen reinkommst, Tommy? Mit den Ellbogen. Reingreifen. Simpel. Und ich muss dann das Fenster wieder reparieren. Sieh zu. Und... Lerne. Du bist ein richtiger Magier, Ralphie. Das ist aber ein netter. Das ist ein netter Trick. Jetzt zieht es nicht immer so beim Autofahren. So, halte links, um das aufzumachen. Okay, du bist drin. Geschafft. So, Leute. Seid ihr bereit? Ich habe das Ding selber aufgemacht. Ich hätte natürlich auch den Schlüssel nehmen können, weil es unser Auto ist. Aber... So. Er läuft einmal ums Auto, um die Kirche, ins Dorf. Oder ums Dorf in die Kirche. Irgendwie so. Ja. Ist L wieder im Verzug? Scheint so. Puh. Schade. Ich fahre erst mal falsch. Mein Navi ist aber auch blöd, ne? Das Ding ist doch links. Na gut. Fahrt überspringen. Ach komm. Überspringen mal. Wir überspringen das. Das ist... Die wollen jetzt keine Dialoge halten und nix. Dann sage ich mehr. Nö. Kommen wir direkt an. Fahrer zum ersten Abkassieren. Sieh uns heute genau zu, Tom. Wenn alles glatt läuft, ist es ein Kinderspiel. Aber wenn nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar. Mach mir einfach nach. Ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr ordentlich in die Hose gehen. Mit der Bäckerei vielleicht noch nicht. Aber vielleicht müssen wir auch irgendwo Schutzgeld beim Waffenladen oder so holen. Dann wird einer losballern. Sam, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Ha! Nicht mehr so klein. Sie wird mir richtig genervt. So, warte mal hier. Jetzt haben wir den einfach unterbrochen. Notiz lesen. Sehr geehrter Herr Mr. Berderoli, mit diesem Brief weise ich Sie darauf hin, dass Sie sich mit den Zahlungen für Ihren vereinbarten Kredit im Rückstand befinden. Dieser Beitrag ist seit dem 15. Juli 1930 fällig. Sie haben bisherige Zahlungserforderungen ignoriert. Sollte ich den vollständigen Betrag nicht innerhalb von zwei Wochen erhalten, bleibt mir keine Wahl, als diese Bank anzuweisen, den Zwangsverstreckungsvorgang für Ihr Haus und Geschäft einzuleiten. Handeln Sie bitte dementsprechend Christopher Marchionno, Direktor Grand Imperial Bank. Oh! Oh, 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 der hat wirklich, der hat wirklich nicht viel Geld, ne? Der hat volle Brötchenregale, aber wenig Geld in der Tasche. Naja, aber dessen Probleme sind nicht meine Probleme. Ach, Frau Witwe Bolte. Sie hier hinten. Ich nehme mir mal das Geld. Ach ne, das ist was, das sind Zigarettenbilder. Ich nehme mir mal die Zigarettenbilder. Und Sie? Verstehe ich nicht. Tisch, brauner Umschlag. Dankeschön. Hätten Sie auch einfach sagen können, brauner Umschlag ist nichts. Ja, Ihnen auch einen wunderschönen Tag noch. Bis nächste Woche. Nächsten Monat? Ich dachte, es ist wöchentlich zu zahlen. Jawoll. Aber wir könnten natürlich jetzt auch ein Brötchen kaufen oder so, aber... Ah, Kohlenhydrat, ne? Ist auch wieder, macht dick. Hast recht. Wir gehen jetzt erstmal zum Fleischer. So. Aber so ein belegtes Brot. Beim Fleischer wird einem dann natürlich bewusst, hätte ich mal ein Brötchen mitgenommen. Okay. So. Wir überspringen wieder. Wir genießen die Story. Ey, ganz ehrlich. Ist wie ein Film. Und die Schießereien werden wahrscheinlich noch kommen. Wir haben nicht umsonst eine Waffe mit. Fahre zum Zweiten abkassieren. Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Ich bin sicher. An so einem Weichling nehme ich kein Rad an. Er kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Pauli geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Fliegt da gleich einmal durch die Scheibe? Wird das gleich eine richtig fette Klopperei? Ich bin dabei. Oh oh, da klappert es. Kann man da ein bisschen durch die Scheibe lunzen? Der Altym Sniffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Pauli. Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl. Naja, der sitzt im Rollstuhl. Der Rollstuhl ist viel wert und der kann sitzen. Man muss aber das Positive sehen. Jetzt müsste er hier rauskommen. Mir fehlen so ein paar Zehen und dicke blaue Augen. Alles klar, Geld gibt es nächsten Monat. Okay. Ja, ja, also ich fahre schon. Ich kann sogar fahren, ohne dass ich einen Motor anmache. Da sind wir schon da. Oh, fahre zum Motel. Jetzt. Guckt euch das an. Jetzt geht es los hier. Die wollen... Was? Genau, erstmal einer rauchen an der Tanke. Warum nicht? Ich wollte schon sagen. Das ist der Witz dahinter. Okay. Das ist der Witz dahin. Ich hole ihn raus. Endlich. Jetzt kommen wir mal zu den wesentlichen Sachen einer Mafia-Vereinigung. Die Knarre. Ich bin bereit. Okay, laut Radar sind drei Typen drin. Warte mal, irgendwie würde ich da anders reingehen. Finde einen Weg ins... Ja, ich hätte es auch nicht so jetzt aufgemacht, sondern so cool mit der Waffe. Mein Schlag. Ich möchte eigentlich die Fahrzeuge mitnehmen. Der hat einen Platten hinten. Ne, der steht schon sehr, sehr lange hier. Der ist schon Teil der Umwelt geworden. Okay. Oh, da oben. Ja, sicher. Zack, Freund Blase. Ruhig wie in der Kirche? Na dann. So, die Knarre will ich haben. Nimm die Knarre mit. Körper aufheben. Das ist mir doch egal. Ich will nicht den Körper. Ich will die Knarre. Okay, geh nach unten. Ich will auch nicht nach unten gehen. Ich glaube, wir können jetzt erst mal hier gucken, ob wir vielleicht hier noch ein bisschen Geld mitnehmen, oder? Ah, ja. Mal gleich wieder draußen. Ah, da wollen wir hier schönes... Yes. Munition hat man aber schon. Wir können auch eigentlich noch ein Nickerchen machen. Der Sam unten, der hält das durch. So ein paar Schläge ins Gesicht. Das ist völlig natürlich. Was ist das eigentlich für eine Tanke? Wie viele Betten sind hier? Oh, yes. Schrotflinte nehmen. Auf jeden. Drücke L1, um schnell die Waffe zu wechseln. Zack. Zack. Geil. Zum Glück haben wir hier reingeguckt. Erst mal eine Pumpe gekriegt. Okay. Eins, zwei. Jetzt ist Pumpenzeit. Okay. Kann ich hier eigentlich in Deckung gehen? Ah, ja. Okay. Direkter Headshot. Direkter Headshot. Ach, nee. Komm, die Pumpe. Wir wollen gucken. Der muss jetzt bis dahinten hinfliegen. Guten Tag. Bleib liegen. Voll ins Gesicht. Und der Nächste bitte. Boah. Wird beschossen von oben. Meine Herren. Wo kommt der denn her? Das habe ich mir alles anders vorgestellt. Ich dachte, hier sind so zwei, drei Kollegen unterwegs. Ja, sie. Ich bin alleine. Oh Gott, ey. Die Steuerung ist sowas von indirekt. Kann nicht seine Hand anschießen. Messer nehmen. Aha, jetzt habe ich ein Messer. Ich glaube, das Messer ist jetzt eher eine schlechte Wahl. Ja. So. Jetzt komm. Zack. First Aid. Wieder voller Energie. So schnell kann es gehen. Fuck. Ja. Jetzt haben wir ihn. Aber da quatscht noch einer, oder? Das war es noch nicht. Das war es noch nicht. Einmal schnell dran vorbeiflitzen. Ich habe einen Hut gesehen. Die Steuerung ist wirklich ganz indirekt. Er hockt einfach an der Bar. Er hockt einfach an der Bar, Alter. Er trinkt hier noch einen Whisky. Warum auch nicht? Robert, Jill. Ich kann die Namen nicht aussprechen. Das wird mal. Das geht gar nicht. Das ist technisch für mich unmöglich, diese Namen auszusprechen. Robert, Robert. Geht noch. Das ist bestimmt. Roberto. So. Hey, die Grafik ist so geil. Die Steuerung ist so mega indirekt. Und damit habe ich auch schon die Ausrede, warum ich nicht treffe. Oh ja, Sammy. Wir müssen hier raus. Gott verdammt. Wir müssen hier weg. Hä? Hä? Welchen Bastard? Da war doch gar keiner. Ist der unsichtbar? Er ist okay. Da sitzt jetzt einer drin, Alter. Habt ihr da wen gesehen? Da war überhaupt keiner. Fang den Schläger und hol das Geld. Ey, da war doch gar keiner. Fahrzeug zu schießen. Aber soll ich auf den schießen? Ah, tatsächlich. Ich schieße einfach mal auf alle. So. Okay, die Mechanik gefällt mir schon mal sehr gut, dass ich einfach nur eine Taste drücken muss und er automatisch aufs Auto schießt. Aber ich kann nicht zielen, oder? Okay. Nummer eins. So, Freundchen, jetzt kriegst du auf den Deckel. Auch wenn du eine sehr geile Karre hast und ich die am liebsten auch haben würde. Kann ich eigentlich auch die Waffe hier wechseln? Und der nächste. Ey, wenn ich ziehen dürfte. Ich würde natürlich hier den Johnny direkt aus dem Auto schießen. Oh, Baum! Ja, die Grafik ist schon echt exorbitant geil. Ah, seine Karre hält viel aus, ne? Qualmt schon ein bisschen schwarz. Links dran vorbei. Krass! Aber er ist auch stecken geblieben. So, Freundchen. Was platscht dir so? Ist hier noch irgendwo ein anderer Gegner? Ich hätte abhauen sollen. Alter. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Boah, den haben wir aber ordentlich durchsiebt. Hammer. Kapitel abgeschlossen. Ein ganz normaler Tagesablauf. Na, gleichs nächste. Intermezzo, 1938. Und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück? So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri ein Dollar machte, waren es bei Don Morello zehn. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der weg sah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er taucht in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Na, verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria. Don, Don Morello. Ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden, die diesen Viertel mit deinem seltenen Import war, Joey? Nein. Und es, es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, 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 Sir. Ich, äh, ich, äh, ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Kusom... Ich bin der Kühler. Ich bin der Kühler. Ich bin der Kühler. Ich bin der Kühler. Untertitelung.